Die Smart Factory OWL ist für die Region ein herausragendes Aushängeschild. Es bildet die Kette Bildung, Forschung und Transfer hervorragend ab. Die Studierenden haben die Möglichkeit, hier optimale Bedingungen in der Lehre zu finden, ihre Bachelorarbeiten, ihre Masterarbeiten anzufertigen. Das Ganze geht dann in die Anwendung, in die Entwicklung und das Beste daran, die Unternehmen in der Region können davon profitieren. Die Smart Factory OWL ist absolut der richtige Weg, um Wissen anzusammeln zum Thema Industrie 4.0, um Wissen anzusammeln zum Thema intelligente Fertigung der Zukunft, um dann, das ist das ganz Entscheidende, um dieses Wissen wirklich auch in die Breite weiterzugeben. Man kann das Thema Industrie 4.0, intelligente Fertigung, im wahrsten Sinne des Wortes hier begreifen. Man kann es eben ja wirklich erleben und das ist einfach wichtig, weil das Erleben von solchen Lösungen löst auch immer wieder neue Ideen aus, begeistert wieder und führt dazu, dass eben weitere Innovationen geschaffen werden können. Also Smart Factory im Ganzen sehe ich so wie so eine Grundversorgung, ähnlich wie wir das im Gesundheitswesen haben, in diesem Fall für die Digitalisierung der Industrie. Das heißt, kleine und mittelständische Unternehmen müssen in der Lage sein, regional in einem erträglichen Umkreis eine Anlaufstelle zu finden, um sich über Digitalisierung in der Industrie zu informieren. Und deswegen braucht es nicht nur eine Smart Factory, sondern es braucht das flächendeckend. Wir haben das immer gerne verglichen mit einer Grundversorgung, wie wir das von Krankenhäusern her kennen. In diesem Fall aber jetzt nicht für die Gesundheit, sondern eben für die Digitalisierung der Industrie. In meinen Augen ist der Ansatz einer Smart Factory im Allgemeinen auf jeden Fall der Ansatz, der Ihnen erlauben wird, Anwendungsbeispiele in der Industrie 4.0 zu entwickeln. Der Ansatz der sowohl kleinen und mittelständigen Unternehmen als auch dem groben Mittelstand einfach Anwendungsbeispiele in einem gesicherten Forschungszusammenhang, in einem geförderten Zusammenhang auszuprobieren und tatsächlich auch mal Fehler zuzulassen und die Technologie einfach bis zum Produktionsprodukt auszuprobieren. Mit der Smart Factory OVL sind wir auf genau den richtigen Weg und ich bin sogar sehr glücklich und zufrieden, dass wir damit in der Region und auch bundesweit ein Ausrufungszeichen in der intelligenten Automation gesetzt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017